Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von ARK Valhalla Kingdoms. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen, also Onkel, Rewano, Nero, Geiserich, Dynamo, Jan und ein kleiner Zuwachs, der Torsteher. Hallo, Servus, grüßt euch. Und wie ihr seht, kurze Erklärung, dort wo wir als letztes waren, wir haben dann auf Rewano gewartet, wie immer. Und sind dann alle nacheinander verreckt, jetzt haben wir uns eine andere Stelle gesucht und jetzt haben wir nochmal gewartet und nochmal auf alle gewartet und jetzt steht hier schon ein halbes Haus. Ja, so sieht es halt jetzt aus. Und bei mir, liebe Freunde, wenn ihr schaut, ihr seht jetzt aus der Sicht vom Onkel, weil ich habe vorhin angerufen bei der Telekom, die haben leider Probleme im Internet, da ist irgendwie eine Box kaputt. Und das ist bei mir so schlecht, deswegen, ich bin zwar im Game mit Rön, ihr hört mich, aber die Sicht ist halt vom Onkel. Aber ist kein Problem, hat ja eine gute Grafik, das passt. Nee, Onkel, also macht kein Quatsch. Ich? Achso, da muss ich jetzt die Grafik mal runterstellen. Warte mal. Zusatz, Rewano, Rewano-Niveau mal runter. Ja, ja, ja. Erstmal auf 480 fehlstellen, das passt schon. Genau. Pixel, Sims-Grafik, Strichmännchen hätte ich gern. Kann man. Aber die Grafik ist eigentlich ganz gut, aber wenn es leckt, ist es halt scheiße. Weil ich dauernden Haft, äh, Lecks habe und das ist halt kacke, ne? Aber die haben es ja gesagt, die Telekom, dass die Probleme haben. Wird aber erst am Montag behoben, denn jetzt ist keiner mehr da. Von den Technikern. Okay, dann kann ich jetzt endlich mal wieder was machen hier, oder? Oder wie oder was? Du hast noch nie was gemacht. Doch. Sammeln, bauen. Hallo? Oh, ich bin hier wieder voll. Alter, Schwede. Gradi. Nicht so viel trinken. Echt mal. Nicht so viel pupsen. Was? Habe ich genau gehört. Ich wiese überhaupt nicht, was soll ich denn? Ich lasse mal die Entgrabbe noch sein. Entschuldigung. Sondheit. Hier ist Sondheit. 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 Hä? Dash-Sealing? Bin ich blöd, wo sind die denn? Äh, da gibt es nur die Dächer. Ja, da gibt es keine Ceilings. Da steht aber dran, Dash-Sealing. Ja. Ja, ja, ja. Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, hier gleich an der Spawnstelle uns erstmal niederzulassen, weil es ist ja einfach Wahnsinn, am Anfang hier rein zu... Ja, das Spiel hat sich aber doch sehr verschlimmert, muss man sagen, in Sachen Schwierigkeitsgrad. Das war mal nicht so schwer. Wir können ja überall bauen, weißt du? Dass wir die ganze Insel bauen, sozusagen. Ja, ja, bau du jetzt erstmal. Sind ja nur 37.000 Dinos hier drauf, ich meine, die müssen halt Platz machen. Ja, mal ganz kurz. Also auf alle Fälle, Yannick und ich und von mir aus auch noch ein paar Leute kümmern sich erstmal ums Haus. Was ist denn mit dem ganzen Rest? Also wollt ihr erstmal ein bisschen jagen, weil wir brauchen ja Heid fürs Bett? Ich würde gerne... Ich geh das mal jagen. Ja. Ich geh sammeln. Also ich hau auf jeden Fall Holz und Setsch zum Bauen hin. Könnt ihr da schon eine Kiste oder sowas bauen? Es sind schon zwei da. Drei. Ja. Ist rein. Also was braucht ihr? Holz und Setsch wahrscheinlich. Okay, und Dynamo hatte, glaube ich, gesagt, der guckt ein bisschen nach der Ordnung. Iba tut mir auch mal. Glaub ich, war das mal irgendwie... Oh, was ist denn das? Das kann ich nicht machen. Ja, naja, gut. Jetzt hier kann man ja noch nicht so viel machen, aber... Also eines ist Baubedarfen, das andere ist der Rest. Merkri ist im Moment an ähnlich geordnet. Also wir brauchen noch einen, der um das Lager rumläuft die ganze Zeit und bewacht. Das tut mich auch gegabbeln. Und wer jagt? Ich geh jagen. Oder einer, der sich jetzt vorsetzt, der Merkrad festhält. Einer könnte ein bisschen zu schwach werden. Ja, oh, da komm ich mit. Alles klar. Jo. Steuern ihr ja mal auf ein paar mehr Betten direkt hin, weil das Bett ist immer fünf Minuten lang gesperrt. Ja, deswegen ja. Oh, ich hab einen Knöppel. Seht gleich ordentlich am Basteln. Sterb. Sterb, du Drohne. Ich hab dir hier meine Rohstoffe, du kannst von selbst grafen. Sterb, schreib mir mit I, Junge. Hm, dieser geile Knöppel, der gefällt mir. Warte mal. Hm? Äh, ich kann kaum laufen, also ist grad. Achso. Ja, es ist wieder mal Anfangszeit. Ja, sehr schön. Oh, es wird dunkel, liebe Freunde. Oh nein! Mach den Dach drauf. Will ich schon wieder erfrieren. Ich find das schon geil. Ja, ja, wir sind ja dabei. Ich find das schon geil. Das Ding machen wir eh zweistöckig, weil sonst krieg ich mal nicht genug Betten ohne. Ich find das schon geil hier im Hintergrund, die fliegende Insel, find ich schon echt cool. Was hat die eigentlich mit Walhala zu tun? Macht das Asgard nach, oder was? Ich. Walhala halt so, äh, Vikingerzeit war das eigentlich, ne? Vikinger! Keine Ahnung. Kannst du halt im Mittelalter. Walhala? Klar. Walhalaam! Das war doch hier das Himmelsgott, wo die ganzen alle hinwollten. Tor, oder... Ach, weißt du, dass wir unser schönes Ark vergessen haben heute? Das ist denn Luis mit uns. Ark! Was meinst du? Ja, das schont einmal die Gehörstleer von der Zuschauer. Ach, krass, das ist ja, man muss ja nicht so tief gehen oder so hoch, so. Ne, tief, meine ich. Du bist du? Ja, ich komme. Tief ist ein Ark! Genau, das war tief. Was? Was bräuchte du für die Wände? Wände, 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 Wände. Wände, Wände, Wände. Wände, Wände. Ich bin dann im Fluss. Ja, vier Stück. Da, okay, oder? Braucht eigentlich noch ein paar mehr, deswegen. Ah, Thatch, es liegt immer nur am Thatch. Scheißweg da. Also, mehr Thatch schon. Ich gehe auch Thatch sammeln. Ähm, hast du ne Flippe? Hast du ne Flippe? Was? Wann der Dynamo? Also. Ob er ne Flippe hat? Wann der Dynamo? Wann der Dynamo? Wann der Dynamo? Krass, wie so Hände alle mit Feuerung rennen. Und man kann jetzt hier auch irgendwie den Gamma-Wert hochdrehen, hast du ja gesagt. Obwohl, man sieht eigentlich, obwohl auf YouTube nicht. Geht. So, und wie mache ich das jetzt? Ich stelle einfach Gamma, sagst du, und drei. Das ist Gamma, drei, zum Beispiel. Gamma. Also ich hab keine... Gut, da hat sich nichts verändert. Und wo bist du da? Ja. Ich hab für dich... Gamma. Gamma. Du verstand, du musst natürlich dann selbes damit. Ah, jetzt. Oh. Ja, okay. Die hab ich grad alle abgegeben. Und ja, so Gamma-4 ist das höchste aller Gefühle. Sieht gut aus, oder was? Ja. Die Zwischenstufen kannst du mit, äh, Punkten machen. Also, 2.5 und so. Okay, vielleicht ist das... Ich muss mal den richtigen Wert erstmal rausfinden. Muss ich mir dann angucken bei dir. Gamma... Du bist jetzt schon? Ah, da. Ja, alles klar. Machen wir... Ah, jetzt... Ich mach nochmal die höchste Fachel, dass wir überhaupt was sehen. Und, äh, du löschst mal mit der Waffe vor. Im Notfall, dass wir... Ich hätte ja noch ein bisschen Fetch für dich. Ja, das ist, äh, nett. Hast du eine Waffe? Ja, ich hab, ich hab. Oh, yeah. Du, 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 du. Und Rivan ist halt etwas leise, keine Ahnung warum. Ich hab ganz viel Fetch eigentlich, ähm. Achso, okay. Dann ist ja gut. Nö, keine Ahnung, musst du mich lauter erstellen, ne? Weil ich, äh, ist ja Quatsch, wenn die mich nicht hören. Nö, mach ich das nicht. Du Jungen, du Meerjungfrau wirst du hin. Weil ich dich vor uns eingestellt hab. Nö, du bist doch wieder zu laut, wenn du nicht herkommst. Ich hab, äh, ich hab ja nichts geändert. Ich nichts würde gönnen. Doch, das machst du extra. Mich immer runterstellen. Ja, das ist sowieso netter. Weil, äh, ich hab mich vorhin nicht verstellt. Also, das kann nicht sein. Ist hier so ein Frosch? Lauf du mal vor. Ich bin direkt vor dem Mikro. Nero, weil... Bei mir ist das immer nur der Landschafts-Bug. Okay, alles klar. Bei mir war grad los. So, ich komm gleich mit. War eigentlich gar kein Frosch gewesen. Dicken Setsch vom Frosch. Komm. Aber Gama ist halt immer das Problem, dass es dann halt eben, ne, das macht dann halt einen Milchschleier drauf. Ja. Heller ist es ja nicht. Das ist ja bloß milchiger. Ist es denn von Sinn? Aber wenn ich in den Mond reinguck, dürft ihr, glaub ich, alle was sehen. So. So. Hier ist so fett, der Brondo. Der will nicht schaffen. Der will nicht schaffen. Am Anfang immer so krank. Auch wenn wir jetzt schon ein bisschen was gebetet haben. Aber irgendwie... Irgendwie ist es. Man ist immer so planlos, finde ich immer, am Anfang. So. Was machen wir denn jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Ist doch schön. Ist doch schön. Ab wann gab's nochmal Leitern? Achtung. Was ist das? Holz erst. Da meinst du das Level? Ja, sowohl als auch. Ich bin grad vergiftet. Weil da bauen wir hier hinten so eine Art Leiterzimmer draus. Braucht ihr denn die Kisten, meine Lieben? Weißt du? Sind die draußen oder drinnen? Level 15 gibt's Leitern. Achso, das sind wir ja 10 Minuten. Hallo? Wo habt ihr denn die Kisten? Hier drin im Haus. Denk dran, wenn du Unordnung reinbringst, bin nochmal hautig. Windelweich. Keine Ahnung, da ist noch keine... Ja, die Genehmigung. Da ist keine Ordnung. Ja, bisher... Habt ihr noch gar nichts reingeschrieben? Gar nichts reingeschrieben? Ne. Also ich hab mal so... 800 Sets hab ich mal für euch. Ich hoffe, ihr könnt damit bauen. Oh, das ist gut. Krass, denn es steht hier wieder so ein Neubau. Könnt ihr... bauen. Töne, muss ich mir jetzt ein bisschen mein Leben aufpushen, weil ich bin umsonst echt tot. Dein Leben, Junge. Ja, Sargent, unser Tamer, ist jetzt natürlich nicht dabei. Leider nicht. Der ist ja nicht schlimm. Der hätte jetzt richtig schön tamen können. Ja, jetzt wo er weg ist, fang mal an, ne? So, das ist das, das. Warte drauf. Also ich würd sagen, wir brauchen noch eine Wand. Eine einzige Wand und danach machen wir erstmal ein bisschen hoch. Ach, hat mal jemand was zu essen? Oh mein Gott. Achso, Bären. Ja, im Lagerfeuer. Oder ich nehm lieber Lagerfeuer. Wer hat denn das Lagerfeuer ausgemacht? Feierbar. Und ach ja, meine lieben Freunde. Ja, müsst ihr dann mal angucken. Glaubt ihr mal, warum das werden da hingelegt? Wir haben einen kleinen, äh, Dilophus Aurea gezähmt hier. Da hinten steht da der kleine. Der Spucker. Bei mir gucken, ich guck den noch gar nicht an. Ja, wenn du den noch mal anguckst, dann sehen die das dann. Ich guck den noch nicht an. Das sieht auch geil aus, ne? Nee, Quatsch. Da oben der Asteroid, der da rumfliegt. Der sieht auch cool aus. Der Asteroid! Alter! Junge... Oh Gott! Welcher Asteroid? Joa, da fällt's morgens in der Luft, ne? Oh go mycket, ne? Oh, Alter. Ich hab doch gerade vor uns gesagt, geil, im Hintergrund die fliegende Insel. Und jetzt fängt er damit... Du hörst echt noch nicht zu! Wahnsinn! Da oben ist der Jungs! Sag mal, mir ist halt, alle zehn Sekunden sind mal vier bis fünf Sekunden der Ton weg, meine Freunde und kann sein, dass die das drüber... Ich hab's auf jeden Fall nicht mitbekommen. das ist doch der fliege flieche aber ist doch lustig ja machen wir das so was da oben drauf ist ist geil was da oben drauf ist sieht echt schick aus können wir da hochfliegen eigentlich früher oder später sind wir alle da oben will ich oder ich baue mich einfach da hoch was brauchst du jetzt ich hab ja gerade so viel set besorgt brauchst du noch holz oder sowas wo kommt die tür hin wo kommt die tür hin die tür ist hier hinten schon ach so ich will den torsteuer ja wenigstens zum tor stellen flach landen gucken ob das ist ja geil dass er alles so richtig flach ist er das macht richtig die laune du mit auch den kleinen bach oder seh hier schön der hier durch die kurze dass du erstmal hochkomme bleib einfach hier stehen warte mal welches level bin ich 11 wir bräuchten irgendwas wie man hier am besten hochkommt hat eine idee kranken ja so normalwert für gamma 2 ne kannst du eine einfach kann ein eingeben dann stellt das auf standard warte mal ich habe eine idee einfach nur gamma ohne zahl was denn einfach eine krisse und drunter stellen ähm kann ich nicht hier ist noch was was denn was denn dynamo naja ich bin nero naja was hat er denn was nein nein es waren ganz viele es waren ganz viele es waren ganz viele Spinnen okay mein Fliegel krabbelgefiech krabbelgefiech genau ach weißt du was ich wechsle gleich schon auf Holz direkt aber ich brauche halt erstmal was wo man hochkomme ja warte mal ich brauche nur die Material ich habe es gerade gelernt ja mach ruhig ähm ja ich baue schon mal die Wände um hast du noch ein bisschen Fiber? öhh ja so zwei, drei Stücke Achtung Sarko! Sarko! hier what the fuck! ne ich gehe jetzt schon mal auf Holz dass wir da schon mal ein bisschen Rüstung haben also bis sie gerüstet sind der geht auf dich na dann ist ja nicht so schlimm nimm die Flippe! na dann ist ja nicht so schlimm hehehe muss abliefern Holz ich kann im Wasser nicht hier essen was ist denn das? wieso bist du im Wasser?! keine Ahnung feige Sau ey jaja 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 Fiber, 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 Fiber kann ich nicht so nicht gebrauchen. Fiber, Fiber! Ah, es hat die Hingehaue. Geil. Der Geiser riecht, der steht im Gebüsch. Achtung, Achtung. Immer hier zwischen den Bäumen. Wieso haut das hier jetzt ab? Alter, das sieht echt schon aus wie so ein Clubhauser. Da haut die Hotel ab. Ah, jetzt kommt es wieder zurück. Können wir nachher die Disco-Kugel dran machen. Ah, ich nehme Wasser ab. Was, wo da jetzt ein Clubhingehaue? Ich habe schon wieder einen Timer vergessen. Das gibt es ja gar nicht. Aber 14 Minuten ist alles in Ordnung. Ränder wieder weg. Können wir noch eine Kiste hinstellen, liebe Freunde? Wieso rennt der jetzt weg? Was ist denn das für ein dummes Vieh? Gibt es? Boah, du Scheiße, das stieß schnell. Insekten kommen noch dazu. Im Wasser ist das mega mäßig. Nein! Ich freue mich auf die Gompis, Alter. Ich habe Insekten. Insekten und Bienen, Junge. Bienen. Und das Geile ist, wir wissen alle, was Gompis sind. Das ist geil. Da brauchen wir auch nicht nochmal nachzufragen, was Gompis sind. Das wissen wir alle. Das sollen wir auch gar nicht wissen. Und bitte, die neu hinzugekommen sind. Wir wollen es nicht wissen, was Gompis sind. Frag mal, Geiserich, frag mal bitte, was das ist. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Du Domo schiehst du drauf. Ja, ich schiech drauf. Ja, ich schiech drauf. Ja, ich weiß, das ist sicher. Ja, er weiß es. Er war dabei. Ich kann das nicht nochmal erzählen. Bitte. Nein, er weiß... Hä? 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 Ja, er weiß es. Ich hoffe, ähm, Publikum, liebe Freunde, dass ihr mal in den Kommentaren schreibt. Äh, bitte fragt nochmal, was ist ein Kompi? Ich erklär euch das gerne dann in den nächsten Part dann. Oh, wie meint ihr alle beide? Dann macht ihr dann eine Special-Folge am besten draus. Ja. Oh, du Kompis. Hä? Was ist das? Wo hab ich den gesehen? Wir töten den erst mal, oder? Töten den? Oder nicht? Mann, ihr müsst immer alles töten, ne? Ihr könnt nicht einfach mal mit irgendwas zufrieden sein. Wir können uns nicht mal mit unseren Nachbarn aussöhnen so ein bisschen, dann fressen die uns auch nicht mehr. Was wollen wir machen? Statt dumm Quatschen könntest du uns hier helfen. Mach ich nur, du. Quatschgub. Also wenn so ein Sarco schon mal unten liegt. Sarco? Bitte. Ne? Ja, wir haben gerade mit Sarco gekämpft, genau. Ja. Kann man hier oben schon mal weiterrüsten? Ja, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Wie viel Fleisch hast du in der Rohre? Oh, geil, Fiber. Ich hab äh... Das ist 15 und 19. Da, 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 da. Fiber. Jetzt, jetzt brauchen wir Holz. Jetzt ist Holz. Alles klar. Ich finde es so doof, dass die Tür hier hinten ist. Da haben wir einen schönen Wachhund. Mhm. Krass, und hier wird schon mächtig, kräftig einsortiert. Äh, Onkel? Ja, bitte? Es ist schon ein bisschen grenzwertig bei dir. Was? Du darfst nicht springen, sonst hast du Kopfschmerzen. Du hängst bei mir echt beim Kopf in der Decke. In der Decke. Ja. Eher halt... Das ist ein Tipp für unsere Zuschauer, dass die... Kommt drauf an, ob du genug Futter dabei hast. Ja. Wenn du genug dabei hast, kannst du gleich reinstopfen. Wenn du nicht genug dabei hast, kannst du ihn erst hungern lassen und dann nochmal ein bisschen jagen gehen quasi. Dann würde ich sagen, wir lassen den hungern. Ja. Am Ende kommt dieselbe Zeit bei raus. Ob er einen Hund hungern lässt und erst dann füttert und knallt sich alles auf einmal rein oder ob er direkt füttert. Es kommt am Ende exakt auf dieselbe Zeit für ihn. Das Einzigste, wo ich immer das Aushungern empfehlen würde, ist wenn man was mit Prime Meat tamen will. Weil Prime Meat ist sehr schnell verderblich. Alles klar. Also, Holz brauchst du, ne? Noxia. Ja. Ohne Ende. Mit Bären und normalem Fleisch kann man immer direkt füttern. Das fängt nix. Machen wir Zeug jetzt. Ja, oder... Nervo, bevor du reinmachst. Hier ist noch ne... ne... ne Schildkröte. Auch für Fleisch. Wollen vielleicht. Wurde ich auf der anderen Uferseite? Jetzt sind wir die ersten schon auf dem anderen Ufer. Ne, da ist der Ravano. Jawoll. Der fühlt sich da wohl. Der hinten Platz warm. Hat man ja schon mal, ne? Aber lass doch mit der Zwille nieder machen. Gehen sie schneller. Dauern. Mit der Zwille. So, Thech habe ich genug. Ein bisschen Fiber vielleicht noch? Fiber! 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 Jawoll. Ich hab auch schon Bären ohne Ende. Also Steine haben auch genug. Das ist nochmal gut. Ja, aber jetzt kann man... Also Dynamo müsste sich dann bestimmt erstmal kümmern und sortieren. Weil jetzt kann man... Auf jeden Fall. Das mach ich grad schon ein bisschen nebenbei. Jawoll. Auch kleine Tipps. Mit der Zwille lieber K.O. schlagen als versuchen sie zu töten. Mit der Zwille K.O. schlagen? Wie lange brauchst du denn dazu? 5. 12 Jahre. K.O., schießen مت. Eh! Eh! Ehhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihit Du hast angefangen. Ja, ja, immer auf die Kleinen, weißt du. Du bist bestimmt der Größte von allen. Mag sogar sein. Was sagst du? Nein, ich bin der mit dem besten Aussehen hier dran. Nee, Rose Giant. Alter. Hier drin im Spiel, hallo. Ach so, okay. Ja, ich bin noch gerettet. Du hast dich ja noch mal eben, hast dich noch mal gerettet. Aus Schwarzenegger und Angela Merkel. Wie schon gesagt, Muskeln von Merkel aussehen, Schwarz-Ecker. Alter, wie komm ich jetzt in die Pude rein hier? Was habt ihr denn jetzt für eine Tür? Nein. Alter, geh doch erst mal zur Tür. Ich hab das Lachen der Merkel und das Aussehen des Arne. Mein Breileid. Die Tür ist ja übelst getarnt, ey. Das ist halt das Problem bei Thatch. Okay, alles klar. Okay, ich hab mal Stein reingeklatscht in die alten Container. Da läuft auch ganz freundlich ein Parasauros-Kader rum. Hm, ich mag die Fieger bloß nicht, weil die sind immer von mir wegraufen. Ja, mach dir mal Gedanken, warum. Weil ich so gut rieche und so schön aussehe. Ja, genau. Das war der Grund. Ein paar hundert Meter weiter ist ein Pronto. Also, der läuft nicht weg. Ja, den haben wir auch schon gesehen. Der ist aber auch zu voll dafür. Ja, übrigens, wir sind bei 21 Minuten, ne? Oh mein Gott. Na, du bist doch klar. So, wollen wir dann mal hier, ne? Du bist doch Versager. Na gut. Was, ich bin der Versager? Der Versager. Aber jetzt müssen wir uns sicher mal versammeln zum Darod. Ja, stimmt. Versager. Ich mach die Särge. Auf den Kopf. Oh Gott, der war so schlecht. So, dann auf alle Fälle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut doch bei den anderen Kanälen von den Leuten vorbei. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.